Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Jetzt ist die Frage, alle Fragen, woher? Soll ich euch vielleicht erstmal anfurzen hier? Wollt ihr das unbedingt? Wie komme ich denn weiter? Alter, mein Furz ist viel stärker geworden, Leute. Er hat sich verstärkert. Verstärkt heißt das doch, nicht verstärkert. Wo ist mein Deutsch geblieben? Habe ich Yoda geschenkt? So, wo geht's denn jetzt lang? Wo muss ich denn weiter? Hier ist alles versperrt. Ich glaube, ich muss wieder hier lang, oder? Kann das sein? Genau. Nee, nee. Vielleicht in die Mitte nochmal? Kann ich jetzt vielleicht irgendwo hier hin? Oder da hin? Oder vielleicht ganz nach links? Nee. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Messingschlüssel. Nun ist die Frage, wo ist der? Wo ist der Messingschlüssel, Leute? Hätte ich beinahe, hätte ich beinahe, hätte ich beinahe übersehen hier, das Fach. Ist es abgeschlossen? Da geht's nicht rein. Boah, die Stühle kippen. Und die haben mir grad Schaden gemacht. Warum? Das ist ja scheiße. Das ist nicht okay. Okay, hier blinkt alles. Das ist soweit. Oh. So, dann baller ich mal gegen. Vielleicht bringt das ja was. Okay, das kann ich nicht kaputt ballern. Da ist irgendwas. Okay, zerbrochenes Plastik. Immerhin. Das verstehe ich grad nicht so. Warum ich hier nicht weiterkomme. Einfach mal draufballern. Stepp der. Macht dir das Schaden? Kannst du mal bitte sterben? Irgendwo muss ich doch hier was aufschießen. Oder kann ich hier vielleicht irgendwas drücken? Ist das vielleicht möglich? Ich verstehe das nicht. Was ist denn los mit dir, Kenny? Achso, ich musste warten. Hä? Achso, ich sollte vielleicht mir den Text lesen. Und dann meinst du in der Weise. Okay. Begleiter. Okay. Begleiter. Okay, und jetzt? Und jetzt? Ja. Ja, schön. Ja, danke, Kenny. Dass du mir so tatkräftig hilfst. Achso. Achso, jetzt hast du verstanden. Dann mach mal. Na, das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Das ist doch Sarkasmus im Sarkasmus. Boah, wir kriegen so viele Items. Das ist so geil. Das ist so geil, Mann. Ich geh erstmal hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Bin ich erstmal sicher. Kann ich mir erstmal ein kleines Lager aufbauen, wenn ich möchte. Möchte ich aber nicht. Level 3. Heiler. Warte mal, ich geh jetzt mal ganz kurz ins Inventar. Und kann ich da vielleicht jetzt... Warte mal, was mach ich denn auf ändern? Gar nix. Ich kann wohl nur meinen ausrüsten. Das ist... Ich dachte vielleicht irgendwie kann ich... Vielleicht Kenny ausrüsten. Das geht aber leider nicht. Gibt's hier in dem kleinen Raum noch irgendwas? Ne? Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Dann müssen wir hier wohl wieder rausgehen. Hallöchen! Na ihr? Gleich zwei vergiftet, wa? Ja, zwei vergiftet. Drei gegen zwei. Boah, die scheinen mir aber gerade alle echt stark zu sein. Das ist nicht okay. Ich muss wohl wohl erstmal das Juden hier zu machen, damit ich alles weit schwächen kann. Lad auf, lad auf, lad auf. Jawohl. Mein... Lol, der ist tot. Ich wollte den eigentlich nur betäuben, aber... Okay. Warte mal, dann mach ich mal. Dann verzauber ich den mal. Dann mach ich... Dann schwäche ich deren Angriff. Das ist ja... Eigentlich schon mal gut für den Anfang. Das kann man mal machen. So. Sehr schön. Kenny hat auch einen Pfeil in den Bogen. Das ist... Durchaus nicht schlecht. So. Was machen wir denn mal? Kenny verzaubert die Kreaturen in der Natur mit ihrer Schönheit. Und entsendet sie gegen deine Feinde. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal wagen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich damit jetzt... Äh... Was ich damit jetzt freisitze. Aber... Machen wir mal pelzige Freunde. Aktivieren wir mal... Unsere Fähigkeiten. Unsere Fähigkeiten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay. Was geht jetzt ab? LOL! Boah, was... Was war das denn jetzt? Die Attacke war ganz gut, aber... Oha, Kenny hat ja Selbstmord begonnen. Scheiße! Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Krass! Kacke! Okay, ich werde mir den da hinten erstmal vorknöpfen, damit der... Damit der erstmal tot ist. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber... Der da vorne... Macht mir jetzt, glaube ich, mehr oder weniger Schwierigkeiten. Das... Das kann... Das kann durchaus... Sein. So, was ich jetzt erstmal brauche, ist... Äh... Gesundheit. Ich brauche erstmal Gesundheit. Ich kann nichts essen, weil ich angewidert bin. Okay. Dann muss ich mich wohl erstmal heilen, wa? Ja, gut. Weiß aber nicht, ob ich so lange standhalten kann. Soll ich mal in den Nahkampf gehen? Aber wenn ich in den Nahkampf gehe, kann der sich vielleicht wehren und mich schlagen. Das ist... Wäre dann... Wäre dann nicht so... So... Sinnvoll, aber ich versuche es einfach mal. Gehen wir mal in den Nahkampf. Okay. Sein Schutzschild ist jetzt schon wieder weg. Lol, kenn ich's wieder da? War das die Fähigkeit? War das allem Ernstes die Fähigkeit? War die... War die so krass? Ich hab's jetzt zwar nicht wirklich verstanden. Ich heil jetzt immer meinen Teammate. Aber... Aber gut. Krasse Fähigkeit. Muss man auf jeden Fall sagen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. War cool. Ich hab dich mit Liebe verzaubert. Bin ich nicht süß. Ich bin... Wie nennt man ihn nochmal? Den... Den Botschafter der Liebe. Amor. Ich bin Amor. Oder er sagt mir, er kennt ihr, ist Amor. Er verteilt nämlich Liebe. Boah, wie viel Schaden der kriegt. Das ist ja mal mega geil. Er hat wieder ein Schild. Fuck off. Fuck off. Aber... Es wird ihm nicht mehr lange was bringen. Oder nicht viel. Weil er gleich... Tschüss sagen wird. Genau. Jetzt ist sein Schild wieder weg. Jetzt kann ich eben nochmal ballern. So. Und jetzt... Sagst du mal eben Tschüss. Scheiße. Das macht dir nur einen Schaden. Das Timing. Das hab ich irgendwie bei dem nicht drauf. Die... Oh. Er hat selbst... Er ist gestorben. Er ist verblutet. Das hab ich noch nicht so gut drauf. Muss ich... Muss ich gerade ganz ehrlich mehr sagen. Dem anderes Timing ist nicht so gut. Er hat einen Brass-Key. Er ist ein bisschen wie ein Dragonborn. Jetzt schau, das ist Detention-Tage. Es ist nicht Zeit, um Dungeons & Dragons zu spielen. Und in der Seite, er wird niemals ins Bett gehen. Weil um die Tür zu öffnen, du brauchst den Gold-Key. Und der einzige Weg, du hast den Gold-Key ist, indem du den Silver-Key bekommst. Und auch wenn er einen Brass-Key hat, er hat noch nicht über den Boss-Level. Okay? Das ist ein bisschen so gut drauf. Okay? Okay? Ich bin Mr. Micky und ich sage, Ich fand das ja immer mega witzig. Einfach wie... Wie halt immer... Wie immer so schön... Okay gesagt. Wir haben einen Völkerball erhalten als Waffe. Ich schaue mir das eben gerade mal an. Level 3. Boah, das ist... Das ist... Boah, der Völkerball ist ja immer mega nice. Das vergleicht mal bitte den Angriffsschaden. Alter! Abprallen trifft ein zufälliges Ziel. Oha, geil! Ja, gut, spielen wir mal ein bisschen Völkerball. Sehr cool, guckt mal Leute, jetzt haben wir einen Völkerball. Ist das nicht cool? So, ich wechsel gerade eben nochmal. Cool. Jetzt sind wir ein schicker Gangster. Würde ich mal sagen. Erst mal alles wieder ausrauben. Boah, die Schule, die hat so viele Sachen, das glaubt man gar nicht. Wolang muss ich denn jetzt? Nach rechts hier, oder? Weil warum liegt hier ein Skelett drin? Warum? Wer ist da von uns gegangen? Ne, hier kam ich ja, ne? Genau. Stimmt, ich hab den Schlüssel. Jetzt kann ich hier irgendetwas aufschließen. Ja. Okay, den Raum kann ich aufmachen. Hallöchen, Popöchen! Na, na, kommt mal her. Hey, warte. Das verstehe ich gerade nicht. Wie mach ich das denn nochmal? Ach, ich muss die Raketen zünden. LOL! Was geht denn hier ab? Wir brauchen mehr Raketen, wir brauchen mehr Raketen. Oha. Okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ist das sein Ziel erfüllt? Ja, cool. Boah, wir sind ein richtiger Rambo hier. Du bist verseucht? LOL! Da ist ja ein Junge. Haben die dich... äh... gefangen genommen, lieber Junge? Haben die dich gefangen genommen? Das... 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 Das können die doch nicht einfach mit dir machen. Ich muss erst mal von dem das Schutschill kaputt machen. Dann kann ich weiteres planen. Pilzig, pilzige Freunde sollte man echt nur... Ja, sag ich mal... Entweder ganz am Anfang benutzen. Oder... Ja... Am Ende hin, wenn man noch kaum Chance hat, dann kann man das mal machen. Boah, Alter, ich wehre so scheiße ab. Ich schäme mich ja schon fast wieder, Leute. Das tut mir echt leid. So, die David-Schleuder werde ich eben nochmal abschleudern. Na, das war ja mal ein Witz. So, frisst das... Boah, der ist ja beinahe tot. Wie geil ist das denn? So, dann kriegst du nochmal ein paar... Armor-Pfeile... Ab. Verliebe dich, mein lieber Freund. Verliebe dich. Ich helfe dir dabei. So, was gibt's hier nochmal für schöne Sachen? Hier gibt's überall diese Sticker, diese Aufkleber. Die die Rothschöpfe haben. Das ist ja mal cool. Lol. Er stöhnt einfach nur. Das ist ja immer so eine Ziege. Einfach mal ein paar Bücher runterschmeißen. Francis-Perücke. Bild von Mr. Endlers Verlobter. Fünf Fingerfister. Was es hier für kranken Scheiß gibt, das ist ja immer... Alter, immer wieder aufs Neue. Mega-Kratz. Der Hammer-Dildo, Alter. Was ist in diesem Raum drin? Wer sitzt hier denn? Wer hat hier... Wer hat hier Dildos und was weiß ich in dem Raum? Vor allen Dingen, was hat das alles in einer Schule zu tun? Aber damit, denke ich mal, sollten wir uns nicht weiter beschäftigen. Ne, das hat ja die Schule selbst zu verantworten, was sie hier drin hat. Und ich denke mal, irgendeinen Sinn würde das ja wohl haben. Nicht umsonst... Gibt es hier den Mega-Fister und den... Und Dildos hier drin. Das ist, glaube ich mal, nicht umsonst. Nicht umsonst, dafür gar gedacht. Ich bin gerade ein wenig blöd, Leute. Ich weiß, dass ich mir Kenny wieder zu Hilfe holen sollte. Das ist mir bewusst. Ja, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Es ist das Lehrerzimmer, glaube ich, ne? Ja, das kann echt sein. Ich bin mir aber nicht so sicher. Warte mal. Kenny, was wolltest du jetzt gerade von mir? Was wolltest du hier von mir? Wo denn? Was möchtest du, Kenny? Was möchtest du? Was möchtest du mir zeigen? Zeig es mir, Kenny. Okay. Nee. Ich muss hier irgendwie wieder zurückgehen. Hat die Schnauz, Kenny. Hä? Lol. Ich dachte gerade schon, ich kann nicht mehr vernünftig gehen, aber doch. Habe ich nicht noch irgendwie einen Schlüssel oder sowas erhalten? Vielleicht, eventuell, irgendwie, vielleicht. Nee. Hierfür brauche ich den Silberschlüssel. Hierfür brauche ich den Goldschlüssel. Jetzt stellt sich mir aber die Frage. Da können wir überhaupt nicht rein in die Cafeteria. Jetzt stellt sich mir aber die Frage. Wo bekomme ich diesen Silberschlüssel? Ja, habe ich hier irgendetwas übersehen? Das kann ja mal aber gar nicht sein, oder? Ach komm, red doch mit mir. Du Vollpfostenkind. Hier gibt es doch nirgends wo was zum Abschießen. Außer den Porzellanteller. Ja, schade. Ich dachte, da wäre vielleicht der Schlüssel drin gewesen. Aber dem... Dem ist leider...